Leute, die ein Alkoholproblem haben, der wichtigste Schritt ist erstmal zu akzeptieren. Weil wenn ich das akzeptiert habe, dann kann ich mich der Lösung widmen. Ich rede manchmal mit mir wirklich in dritter Person und sag dann, aber Felix, das ist doch klar, dass du jetzt aufgeregt bist. Ist doch los. Als ich das erste Mal vor der Kamera stand bei RTL und da waren sechs so fette Kameras auf mich gerichtet, hab ich mir vorher genau das gesagt, das ist doch klar, wer wäre denn da nicht aufgeregt? Da ist jeder aufgeregt, jeder. Ich habe eine Freundin von mir, die sagt immer zu mir,